Da ergibt sich natürlich die Frage, und die können wir mal ganz kurz, wann ist der Zeitpunkt, wann ist so ein Mann am besten? Wir können das ja mal eben ganz vorurteilsfrei klären. Also da würden mir, glaube ich, die Damen auch zustimmen, am besten ist der Mann, wenn er schon alles weiß und noch in der Lage ist, es anzuwenden. Die Zeit, in der ein Mann alles weiß, also so, hm, und es auch noch körperlich umsetzen kann, und das ist im Leben eines Mannes ein ganz kurzer Zeitraum. Zwei Wochen. Ja, so sieht's aus.